Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute soll es mal um meine Top 5 Reitsport-YouTuber gehen. Da wurde ich nachgefragt. Eigentlich würde ich nach meinen Top 10 gefragt, aber ich muss sagen, ich gucke gar nicht so viele Reitsport-YouTuber. Aber, ja, 5 ruche ich auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so ein richtiges Top 5, weil ich finde alle 5 gleich gut. Und ich verlinke euch auf jeden Fall die Kanäle unten in der Infobeschreibung, guckt da mal vorbei. Und wenn ihr da vorbeischaut, dann lasst doch mal einen Kommentar, dass ihr hier von mir kommt irgendwie. Das wäre doch cool. Ja, genau, vielleicht einfach, keine Ahnung, sagt doch einfach, ihr seid über meinen Kanal auf den Kanal gestoßen oder so. Ich glaube, euch fällt da was ein. Genau. Ja, wir fangen auch mal direkt an. Ich stelle die Kanäle einzeln vor. Und zwar fangen wir mal an mit Janina Kind. Die habe ich letztes Jahr irgendwann entdeckt. Und ich finde einfach ihre Vlogs immer total lustig. Und ja, ich kann die mir einfach gut angucken. Ich freue mich immer, wenn da ein neues Video kommt. Wer sie nicht kennt, Janina Kind reitet springen. Bis 11, meine ich. Und im Sommer ist sie viel aufs Turnier. Da gibt es dann viele Turnier-Vlogs. Und sonst gibt es aber auch Vlogs von zu Hause, in denen die Pferde bei sich zu Hause stehen. Und kann dann da immer nett drehen. Im Hintergrund hört ihr übrigens mal wieder die Kaninchen. Die haben ein Häuschen bekommen, was sie gerade bearbeiten. Genau, ja. Sie hat, also jetzt nochmal zu Janina Kind. Janina Kind hat zwei Pferde, Bonja und Duke. Und von denen sieht man dann ganz viel aus dem Alltag. Dann geht es weiter mit Annika Hansen. Die gucke ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde einfach ihre Art total nett. Sie ist immer so gut gelaunen und so, ja, freundlich irgendwie. Und ich mag ihre beiden Pferde auch total gerne. Wölbchen und Kanto. Ich wollte gerade Bonja und Duke sagen, aber das war ein falscher Mensch. Ja, Wölbchen und Kanto. Und ich finde es einfach total klasse, dass sie sich da immer anstrengt. Und wie sie ihre Pferde auf dem Sorg, gerade auch Wölbchen. Und da sieht man einfach, dass sie beide sich total gerne haben. Ja, die Kante umsorgt sie natürlich auch. Aber bei Wölbchen sieht man einfach, dass sie beide schon länger im Team sind. Genau, und das gucke ich mir halt auch immer total gerne an. Und wen gucke ich noch gerne? Lia und Alfie natürlich. Ich finde es einfach total niedlich, wie Lia in dem Alltag schon reiten kann. Und ich finde Alfie halt einfach auch total hübsch. Und das Geschüt, wo er herkommt, das ist ja ein Hesselteichpony. Ist auch hier in der Gegend. Da war ich sogar öfter dran vorbei. Und ja, ich finde die Ponys einfach alle total hübsch. Das sind alles so Gold-Ponys. Und Alfie läuft halt einfach auch total schön. Und auch Rocketman, ihr Springpony. Ja, also es passt einfach total gut. Ich finde Lia einfach echt niedlich. Sie ist halt noch so klein und macht es aber schon total klasse. Ja, genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich Luisa-Sophie auch total gerne gucke. Und das ist auch so. Die Luisa ist gerade in Amerika und da kommen relativ wenig auf ihrem YouTube-Kanal. Aber ansonsten gibt es da auch nochmal schöne FMRs, Turnier-Videos. Luisa springt bis M mit ihrer Stute und reitet auch andere Pferde mit. Also da gibt es auch immer gut wechselnden Content. Und ich finde sie halt auch sehr nett. Und ja, doch Luisa gucke ich auch sehr gerne. Ja, und dann die Letzte. Sind wir schon mal bei der Letzten? Der Kanal heißt Momos Turnier-FMRs. Früher hießen sie M-A-Cheveux des Boards. Ich kann kein Französisch. Und jedenfalls geht es da auch um Turniere. Und auch die Momo oder Michelle reitet springen bis es mit einem ihrer Pferde. Und man sieht aber auch viel aus dem Alltag und aus der Arbeit mit ihren Pferden. Und ja, sie ist auch einfach sehr sympathisch und nett und freundlich. Und verbrennt immer gute Laune. Und ja, das gucke ich mir auch echt gerne an. Und wenn ich jetzt so mal meine Top 5 Revue passieren lasse, sind da ganz viele Springreiter bei. Also ich glaube, Lia und Alfie reiten tatsächlich ein bisschen Dressur. Annika reitet Dressur, aber Springrefin mit Kanto. Und die anderen drei, also Janina Kind, Momos Turnier-Videos und Lisa Sophie, das sind alle Springreiter. Also ich gucke mir schon irgendwie lieber Springreiter an als Dressurreiter. Vielleicht weiß ich nicht genau warum. Vielleicht weil die einfach ein bisschen lockerer sind. Nein, Spaß. Also fühlt euch nicht angegriffen, ihr Dressurreiter dieser Welt. Das war halt Spaß. Genau, ja, das war meine Top 5. Ich werde euch auf jeden Fall unten in der Infobeschreibung die ganzen Kanäle verlinken. Bis zur nächsten Woche. Ciao. 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 Vielen Dank.